Ich lasse ihn freuen. Voilà, dass wir das drücken. Da muss ich ihn mitnehmen, oder so? Keine Ahnung. Es gibt Momente, da sind wir scheißegal bei dir gehen, aber nach dem Moment, scheiße, ich hab ja meine, dass der muss ich auch wegwerfen. Ich bin mir leid. Ich wollte eine schöne Waffe machen, ich wollte mir einen Wohnwagen lassen, ich stehe gerade alles zu drücken. Hey? Ja. Oh mein Gott. Ich wollte so auf die Inge-Tek haben, das ist ja auch für... Ich will das jetzt, das ist komplett ein Traum. Ja, das? Oh mein Papa. Ja, was ist denn? Oh mein Gott. Und immer noch ein paar Sachen da lassen, weil ich eine Waffe machen kann.